hey leute und bevor wir anfangen deutschland schland ja wir haben heute spiel gegen dänemark gewonnen mit einem 2 2 1 der richtig geil richtig schön gewonnen naja ich freue mich viel schütze es war eine anspielung jetzt gerade auch ja ja erst mal geiles spiel und jetzt zu dem eigentlichen thema warum wir uns melden und zwar ein bisschen ein bisschen info material für euch ja nur ein bisschen nicht überfordern der kopf wird danach nicht rauchen kein wir haben wir also ich oder ja ich habe vier punkte vier punkte auch machen wollten dass minecraft also dass ihr keine vor dass minecraft irgendwie hier jetzt dauerhaft also als haupt ding hier hochgeladen wird ne ist nun nur ein nebenprojekt wir haben wir haben noch so ein bisschen was also so so richtige geschmanker machen die euch vom stuhl hauen ja genau die werden jetzt in nächster zeit werden wir mal eins von den schmankern raushauen wir verrückten kranker pausen nein ja 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 ich bin ja wort losen deshalb ich bin ich bin etwas irritiert was ist das nächste über das nächste und zwar verlosungen wir haben ja die erste verlosung erfolgreich beendet dank euch ja wir haben uns in den gewinner minecraft dragon und michi super lp genau ihr habt uns sehr fleißig abonniert und somit konnten wir das die verlosung oder das gewinnspiel abschließen gewinner wurden ja gerade eben schon genannt wir haben jetzt schon wieder ein neues gewinnspiel am laufer ich muss jetzt ganz kurz unterbrechen der michi super lp wenn du das siehst melde dich bei uns wenn nicht wird am 21 juni also am 21 6 wird noch mal eine neue verlosung stattfinden wo noch mal einer der server vermietet wird weil er richtig gemeldet bist dann was heißt vermietet nein der neue verlosung neue verlosung habe mir gerade falsch ausgetaucht ja und das kannst du den games an vortreten was also ja genau die neue die 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 neue verlosung da könnt ihr für zwei monate hier einen schönen minecraft server gewinnen 6 gb ram ihr könnt mit euren ganzen freundin spielen so vieler wollt das gibt es nicht ja dann habe ich haben wir noch dieses noch ein punkt was ist in nächster zeit geplant ja was ist in nächster zeit geplant ich war ja wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt äh vom 16.7 bis 23.7 zum rieber nach stuttgart nein doch das hat doch bestimmt noch niemand mitbekommen ja ich wusste es ja noch mal erwähnt auf alle fälle dazu da werden wir auch ein paar schmanker für euch bereit hätten wir werden vier filmen wir werden die logs machen wir werden halt zeigen was wir in dieser woche dann so reißen ja ich bin bei aufnahmen was cool ist was wir ausgedacht haben was wir dachten dass es jetzt in der form noch nicht ja ja also es ist wird bestimmt einiges an video material zusammenkommend ich ja wird dann auch hier auf dem kanal hochgeladen ja wir hoffen wir hoffen dass es dann mal ankommt also dass es gut ankommt wenn wir uns schon vor kamera stellen also immer sobald sie dich sehen haben sie angst aha ja aber für mich genau das wäre weil du machst immer kein fahrer nix bei dir haben sie genauso angst äh bei mir haben sie genauso angst bei dir haben sie genauso angst genau wo denn A oder B oder oder ähm und dann ähm der wär dann themen oder nicht also wir haben uns ja wir haben jetzt mit unserem neueren omega place vorgenommen oder wie wir schon gemacht haben haben wir Fee ähh ähh haben wir uns ein paar themen ausgedacht Wir haben auch natürlich besprochen, haben wir auch so leicht diskutiert und da wollten wir halt mal wissen, wie kommt das bei euch an und habt ihr vielleicht Vorschläge, über was man so reden kann. Jetzt nicht nur zu Gaming, sondern auch generell so, die ganzen Themen. Ja gut, ihr kennt ja das Videomaterial noch nicht und ja, ihr wisst ja auch noch nicht, über was wir reden, aber ihr könnt ja mal so allgemein eure Meinung dazu als Kommentar posten. Ob ihr das überhaupt wollt oder nicht und wenn ja, dann könntet ihr ja halt auch mal reinschreiben, wie wäre es denn mit dem Thema? Genau, einfach mal so Themen, die euch interessieren, die euch bewegen, so wie jetzt eben die EM. Wir hören zwar Metal, aber wir gucken eben doch trotzdem Fußball. Tun wir? Ja, also ich schon, ich schon. Also ich muss sagen, das erste Tor habe ich leider nicht gesehen, aber beim zweiten Tor, ich habe es so geschrien, dass ich gedacht habe, mir verreißt die Stimmbänder. Ich glaube auch, mein Bruder ist neben mir zusammengezogen. Er stand nämlich in dem Moment neben mir und ja, der, ja. Okay, dann mal los. Ja, ich los voll ab. Ja, komm jetzt. Sonst noch irgendwas erwähnen. Achso, ja, also Kommentare könnt ihr verändern, also in jedem Video drunter schreiben. Wir leben jedes PM, ihr könnt Daumen runter, äh, hoch geben, wie ihr wollt. Wenn ihr euren Daumen runter geht, äh, muss ja einen Grund haben, außer wenn ihr uns hasst. Ähm. Da schreibt es trotzdem. Wenn euch irgendwas nicht gefällt, in unseren Videos die Qualität, oder, oder, irgendwas, schreibt es, schreibt es hin. Ja, es hat ewig gedauert. Äh, äh, schreibt es hin, was euch stört. Wenn ihr uns in Partydecke findet, sagt es uns. Ja, also, wir haben ja noch nicht so viele Abonnenten. Äh, wenn, wenn ihr also uns verschreibt, also wir lesen jede PM wirklich, oder jedes Kommentar. Ja, ich bin, ja, ich gucke eigentlich immer wieder rein, und, und, sobald ich sehe, dass das irgendwie ein Kommentar dazu gekommen ist, oder so, ich schaue es mir sofort an. Da ist Reaver immer der. Ja. Ja, was soll ich machen? Das interessiert mich einfach. Ja. Aber ist bei mir genauso. Ja. Äh, im Großen und Ganzen war es das eigentlich dann schon wieder. Okay, dann mal los. Ja, sonst hier wird nichts. Dann haben wir eigentlich alles besprochen, was in nächster Zeit ansteht. Der Besuch. Ja. Was so kommt in nächster Zeit. So, ich, ich habe alles gesagt, was mir auf, auf, auf dem Herzen liegt. Und jetzt nochmal so eine Sache von mir. Wenn ihr dafür seid, dass ich und Riva einen Letztkoch in der Küche machen, gibt einem dieses Video einen Daumen hoch. Oh, das wär's. Oh, ja. Ja. Das wär so was. Warum nicht in der Werkstatt? Was? Warum nicht in der Werkstatt? Letztkoch in der Werkstatt. Okay. Ja, die Frage. Warum nicht in der Werkstatt? Also, Leute, gebt Daumen nach oben. Das muss unbedingt sein. Wir brauchen dieses Gefühl. Ja, komm, also, Leute, ihr wollt uns doch bestimmt kochen sehen. Naja. Wollen wir so, wer würde uns nicht kochen sehen? Ja, keine Ahnung. Du verrückte. Wir, wir sind so, äh, wir, wir sind so, ja, also, ich kann kochen. Gleich von vorne rein. Äh, ich kann Toast machen. Ja, seht ihr, seht ihr, dann, dann ist es wie, wie in den Let's Plays. Ich versuche dann wieder die Oberhand zu, äh, zu, zu halten und, äh. Und ich schneide mir den Finger ab. Der macht wieder nur Scheiße. Ja, gut. Naja, ähm, ich würde sagen, letzter Kill. Und super. Klasse. Ja, also, dann haut rein und wir hören uns in einem anderen Video. Genau. Tschö. Okay, los geht's.